Das ist Kasper Yander, erstmal geklärt, Al-Ghadoui, Ekene und da ist Marvin Singer. So kannst du mal in die dritte Liga starten, der ist Innenverteidiger und haut so ein Ding raus. Ekene macht den Ball nochmal scharf und dann einfach nur zuschauen und staunen. Wieder eine Ecke nach wenigen Minuten, diesmal für die Duisburger und diesmal ist es Sebastian May, der Ex-Hallenser, der trifft zum Ausgleich. Saisontreffer Nummer 1 für den baumlangen Verteidiger. Nächste Ecke, Push verlängert und da steht Sebastian May. Traf schon gegen seinen Ex-Club unter der Woche beim 1 zu 1 gegen den HFC. Auch dort war es ein Standard, wunderbar verlängert von seinem Innenverteidiger-Kollegen Singer. FRAC. ARNOR Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.